einen wunderschönen guten morgen der youtube channel für spaß und finanzielle freiheit aus polen wir reden heute über wsi we send it token da ist der major major elli wo ist elli wo ist die so und zwar reden wir über wsi we send it token war ein voller erfolg habe hier paar daten runtergezogen softcap fast erreicht nach einer woche nach einer woche softcap erreicht kein marketing es ist nur organisches wachstum bei diesem unternehmen bis jetzt private community sale nur an privatpersonen keine venture kapitalisten also wir sind komplett privat finanziert bis jetzt ich weiß nicht wie sich das noch ändern wird dadurch dass es westing gibt und staking wird vor einem pump and dump das wird nicht passieren bei diesem token bei diesem projekt hobby ist im gespräch und pancakes war das heißt es wird auf einer text gelistet und auf einer sex next target das nächste ziel sind 3,2 cent also über 80 prozent mehr wie der preis heute und staking ballert mit 200 prozent sein aber egal wie wunderschön das alles klingt freunde ich sag immer crypto ist ein sehr aggressiver neuer markt man sollte hier mit kürzchen investieren ich sage so immer für freunde die 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 keine ahnung haben fünf prozent du hast 10.000 euro erspartes in den 500 euro und baller sie in kürtus kannst du nämlich diese gigantische überrendite erzielen oder 500 euro sind weg deshalb nicht zu viel geld rein ballern aber dieses projekt was ich schon erklärt habe ist ein sehr gutes projekt wo die dezentralisierung der daten da das ist das business model die daten dezentral speichern fenomenal das musst du erstmal nachmachen das ist dann sap probleme oracle probleme google facebook alle großen big data firmen kriegen probleme wenn die leute erfahren dass man daten dezentral speichern kann das sein das ist ein traum du hast die volle macht über deine daten und keine ex andere firma peer to peer also freunde ein voller erfolg wie sendet token schaut euch das angeht auf die seite wie sendet und zieht euch das rein und liest das white paper und wenn es euch zusagt investiert es ist noch ein bisschen platz dazu investieren bald ist das ziel erreicht und dann kannst du nicht mehr investieren sondern erst normal an der börse deshalb holt ihr vielleicht noch den preis rabatt baller bisschen geld rein und beschäftige dich mit dem projekt im sinne vielen dank danke fürs zuschauen schön dünnerstag wünsche ich euch und geiles leben geile woche und bis zum nächsten mal